Die spektakuläre Feuerwehr. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie darum, mindestens zwei Meter Abstand zur Straße zu halten. Den besten Blick haben Sie ohnehin in der Mitte des Hermann-Ebers-Platzes. Das Schloss wünscht Ihnen viel Vergnügen. Das Schloss wünscht Ihnen viel Vergnügen. Das Schloss wünscht Ihnen viel Vergnügen. Ich grüße Euch, liebe Kinder, Eltern und Großeltern. Morgen ist es wieder soweit. Morgen ist der dritte Abend. Dann kommen schon drei Hexen auf den Abwärtskranz. Was? Ah, kriecht Ihr das? Kriecht Ihr diesen wunderbaren Duft von frisch gebackenen Plätzen? Ah, was? Ach, Ihr habt keine Weihnachtsplätze mehr. Ach, dann muss ich Euch unbedingt eine Geschichte von Plätzchen Wacken erzählen. Hört gut so! Vergnäht uns in den Augen und nach dem waterfall, die Platz stars. Hmm. Das war fürーデum. Was? Das war, toll. Aber wir möchten,biens kontrollieren und zu behalten auch mit Stockholm. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.